Ja, Herzlich Willkommen, mein Name ist Anirgo LPE und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir einige Truhen wieder gesammelt, so wie der Folge davor. Und ja, ich bin jetzt hier nochmal in Level 3 und ja, ich bin jetzt an eine Stelle gekommen, wo ich glaube, dass ich das Gift befinden könnte. Deswegen, gehen wir mal hier hin. Das ist mir schon irgendwie letztens aufgefallen und zwar ist hier oben was. Dann gehen wir mal hin und ich komme sogar da dran, sehr gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh, perfekt. Hoffentlich ist es jetzt hier oben das Gift und nicht so ein verdammter Goldfisch oder irgendwie sowas. Das würde mich voll abnerven, ey. Jawohl, bingo. Sehr gut. Dann habe ich jetzt auch die dritte Level jetzt hier geschafft. Oh, ich liebe diesen Trick jetzt. Das heißt, wir können jetzt zur Level mit den ganz vielen Dark Dingens gehen, die einen die ganze Zeit verfolgt haben. Sehr gut. So, in der Ehr, da fehlen mir noch drei Truhen. Werde ich wohl auch irgendwie noch finden, auch wenn jetzt hier wieder voll die Hektik am Start ist, wegen diesen Viechern. Die werden dann noch die ganze Zeit verfolgen, oder? Da kann man das auch irgendwie verhindern. Ich finde jetzt diesen Trick, dass man hier so springen kann, richtig geil. So, kommen die jetzt eigentlich immer wieder. Ich muss doch mal ganz gut beobachten. Ich glaube, die kommt immer und immer wieder, ne? Oh Gott. Da kommt schon ein Recht, aber irgendwie. Ich bin nicht, kann ich auch nach unten? Irgendwie nicht. Geh weg. Ich will hier. Oh Gott, gucken. Ja, es wird natürlich sehr gut hier. Warum kann ich mich nicht? Ja. Ja, drei Truhen. Eine weiß ich, wo sie ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber ich weiß, wo sie ist. Ach ja, diese grudeligen Bilder. So, was sie alle münzig auf sich haben. Ich habe das Gefühl, das ist deutlich, technisch hier voll die wichtige Level. So, wo lang, wo lang, ich gehe nach rechts. Ich bin schon errascht. Ja, alles ist am Kopf geil. Ja, gut. Und sein könnte mir drei Stück habe ich verpasst. Wupp, 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 wupp. Gehen wir aus dem Weg. Ich kann mich hier gar nicht so rumschauen. Die ganze Zeit an meinen Backen kleben. Wie können Sie es wagen? Mr. Darks. Darks, ich habe schon wieder vergessen, wie er ausgesprochen hat. Verstörende Level. Ich war da, bitte hin. Danke, 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 tschüss. Nicht wieder auf Anfang. Prost, da mein Hintergrund an der Schatten. Verdammt. Ja, das war geil. Da können wir mal da lang. Oha. Kann ich wahrscheinlich so viele Dinger verballert habe. Übersehen habe ich verballert. Was hat er da? Aber in eine andere Richtung geht auch nicht. Okay. Okay, wie kann ich dann übrigens mir dann hier in die Mitte kommen? Wie komme ich da bitte schön umgeschaut durch? Da hinten ist so ein Teleportding. Wie? 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 Hilfe, er geht weg. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte da hin. Sie bin mir da runtergefallen. Was soll das? Ah. Ich möchte mir bitte schon drei Truhen verpassen. Ich möchte da hin, dass er drei Stück an der Hand hat. Ich möchte mich schon... Ah, ich will. Geht weggeraden. Er ist wenigstens besser als immer noch gegen diese roten zu kämpfen. Nein. Nein. Ich habe trotzdem nervig. Dabei glaube ich ja schon mit den besten Schwerten oder sowas. Aber da ging es ja glaube ich offiziell weiter. Weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Macht mir voll angst. Wie? Da bin ich doch... Habe gar nicht gesehen, wie ich da... Äh? Äh? Okay. Und tschüss. Mach das mich dadurch. Ja, bis jetzt habe ich noch keine einzige gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viele an derselben Stelle irgendwie gesehen habe. Äh. Äh. Zweite. Genau. Ein Platz. Okay. Verdammt! Ja, das war glaube ich blöd. Wo wollte ich nämlich noch nicht hin? Erst mal da hingehen. Geht doch mal weg, ey. Ah. einfach aus dem level ausgekippt ganz hier echt nicht umschauen mann wir sind nicht so viele wenn ich mich hier in ruhe umschauen könnte da meine truhe was von bleibe da wie komme ich dahin you kidding me ich will dahin ne, lass mich doch mal guck euch das an boah danke hier ist nix, geil wieso brenne ich denn? ich fahre aber nicht in der Nähe vom Feuer was muss ich hier machen? geh weg war ernsthaft? hab die Tore gefunden, ich muss ja auch nicht unbedingt öffnen, oder? ist echt nicht ruhig oh komm ich da hin? die verarschung, du! oh man ich soll noch zwei andere verpasst haben vor allem bei der wusste ich ja noch wenn ich die verpasst habe meine Güte das haben sie aber auch echt hier übertrieben habe ich so das Gefühl ich meine, das ist zwar nicht schwer zu überleben, aber trotzdem ist ja voll gemein hier wer ist denn so gut, um mir zu verleben? ey Frage ist jetzt, wie komme ich da hin? warte mal so ein Ding das muss ich irgendwie runterlassen das soll irgendwo hier sein, ne? von der perspektive her glaube ich so ein Ding hat man runterlassen muss nur wie mit so einem Rohr oder irgendwie sowas mit so einem Rohr oder irgendwie sowas ja langsam bin ich aber auch schon mehr zu weit weg ich glaube ich habe es so weit entfernt irgendwie aktivieren muss so er hat auch da hinten das Ding runtergemacht ja ne da hinten auch jetzt das Ding runtergemacht hoffe ich jedenfalls ich geh jetzt mal da hinten zurück weil dann weiß ich auch nicht ich muss jetzt eigentlich alter hat den Grundtag also mit da hinten auch hat den Grundtag lassen haben, oder? na geht weg so sehr gut das Ding auch runtergelassen haben wir schon mal eine für noch zwei level ist immer noch nervig irgendwie mag ich sie ganz ehrlich also macht gar keinen Sinn aber ja ich mag diese verdammte nervige und auch so hat kann ich ruhig verzichten ja okay nicht zu weit nach unten ich würde gerne wissen wo ich bin ich war nur auch respekt sagen hat sie bis hierhin überlebt ne weil am ende verrecken war sowieso wieder aber trotzdem respekt vor dieser katze da war eine frohe glaube ich ja die habe ich in der ektik übersehen anscheinend auch man hey da ist die nächste ich habe beide gefunden sehr gut danke die idioten ich wollte mir das Ding zur Hölle machen aber ey 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 jetzt lass mich da ja ist geil zum teufel jetzt das gefühl hier ist nicht gut zum teufel wo bin ich ich bin außerhalb der level weit außerhalb der level wo zum teufel bin ich hallo ist hier noch gut ja ich glaube ich habe das spiel schon wieder kaputt gemacht ich muss wirklich aufhören damit da ist die truhe ich muss sagen das ist ob das so gut war ich mache die ganzen level kaputt da da jetzt lass mich dazu truhe ich krieg die krise so raus hier obwohl da unten ist gleich glaube ich da hinten ne schnell gehen wir mal wieder sterben und da 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 das ist doch mal ist aber nicht wahr war Boah Geht weg Komm schon, ich haue euch kaputt Ich haue euch alle kaputt Jeden einzelnen Und da bin ich tot Mutzala Das war meine Trinkflasche Okay, haben wir die Blau geschafft, sehr gut Ich bin zufrieden, find's schön Kennt das jemand? Okay Ja, tu mich auch Alles klar Gucken wir mal hier Ich habe mir was kaufen Ich glaube, ich war gerade ein Lollipop Oder eine Schnecke Eine Schnecke Da kann man schleißen Ziemann Warte mal an Wie du want So Wir haben alles okay Dann haben wir hier alles Dann haben wir in den letzten beiden noch ein paar Sachen Okay Gucken wir mal ganz schnell, ob wir hier die finden Warte nochmal Mit diesem mechanischen Viechen, der uns die ganze Zeit verfolgt hat, oder? Wow, dann haben wir alle Skips und alle Datenpacks Merkwürdig Ich möchte ich echt so rumlaufen, ich fühle mich so schmutzig 84% Okay Dann müssen wir noch zwei Skips finden, glaube ich, ne? Ja, guck mal nach Nee, aber ihr müsst mal zwei Skips finden Und dann müssen wir noch die beiden Sachen wenden Und dann muss man noch den letzten Kampf machen Ist ja nicht die eine Okay, man hat ja im Albtraum gerade gesehen, ne? So, zwei Thronen, die werden ja wohl auch zu finden sein Ja, ich weiß Das ist doch hier Wo ich Direkt Nee, Quatsch Ist das hier von den Magasten? Magasten? Ich weiß es nicht Ich sehe gleich eine Sachen drauf, ja, ne? Wups Ja, da erst muss ich mich hier durchkämpfen, ne? Ja, loslassen Ich habe mich mit die Katzensten dann aussehen, ne? So, ich glaube, da habe ich aber nichts, ne? Für die Filme eigentlich, ich weiß es gar nicht Ich bin schon langsamer richtiger Pro, hier habe ich das Gefühl Im Gameplay Da will ich hin, da will ich hin, muss ich haben Das ist doch Weg Verhand Und Ich bin ich hier schon mal verpasst, habe wenn ich jetzt kommen wir auch andauernd gegner wollte mich auf den arm nehmen hat doch schon alles kaputt gemacht warum kann ich mich da nicht festhalten was soll danke meine gute so weiter da kam der weg mich da war nicht da wie mit dem akasten waren ja drei schatten so aber ich bin nicht festhalten ok weil du nicht jetzt so weit da unten wieder mann was hat schön hier woher gibt es doch nicht ich habe darum war nichts mehr so aus als wäre na gut wird auf offscreen verlegt wenn ich das wieder nicht finde da kann man die ganze zeit jetzt nichts aus war wie du stirb ich brauche kein geld so gut war ja gibt es nicht war war ja gar nicht wie viel film 2 wenn ich glücker sind die auf einmal kasten mal gucken weiß gar nicht wie ich mal kassen war mir kassen war nix das ball fisch noch mal die höhle ja schnell noch uns darum am dalai rampage randalen war verdammt wie die einfach nicht verschwinden das bringt mich aber nur zum ding ist oder zum ja den ganz zum goldfisch ja brauche ich nicht wenn ich mir jetzt schon wieder ich bin ich wieder hier ja schon vorbei glaube ich ja guck mal bei den markassen ja wohl auch nicht da sein da möchte ich nicht rein danke lassen wir erst mal hier als erkunden zum beispiel sie so komisch aus bei ihr schon wieder die level question bitte so verrechnen also im teufel weil mit der los ich würde gerne sehen wo loch ist da kann man mit dem reden so fähig ist minien checks ja wenn die more info an das relic am looking for maybe some tips an finding it try not to die kind of suck sehr gut so was haben wir hier noch nix okay ist erwarte ich werde einfach mal auf screen weiter suchen und beende einfach den part hier und ja dann sehen wir uns dann wenn ich den schatz gefunden habe in der nächsten folge am anfang der nächsten folge ich bedanke mich ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen meine ich natürlich und sage tschüss bis zur nächsten folge